Musik Als europäischer Marktführer produziert die FISMAN Kältetechnik AG temperaturkontrollierte Räume für Gewerbe und Industrie. Musik Marktführer zu sein heißt, jeden Tag neue qualitative Maßstäbe zu setzen. Alle Arbeiten konzentriert an der Umsetzung revolutionärer Ideen in der Kältetechnik. Der Name FISMAN steht seit jeher für ausgereifte Technologien und clevere Produktstrategien. Die Frischhalte-, Kühl- und Tiefkühlzellen von FISMAN sind durchdacht bis ins kleinste Detail. Polyurethan-Hartschaum sorgt für eine optimale Wärmedämmung und hohe Wirtschaftlichkeit. Vor allem die Hygiene spielt eine entscheidende Rolle. Die FISMAN Kühlzellen erfüllen alle Gütemerkmale zur hygienischen und keimfreien Lagerung von Kühlgütern, wie zum Beispiel Wand- und Bodenradien und eine antimikrobielle Beschichtung der Oberfläche. Die modulare Bauweise ermöglicht flexible Lösungen für nahezu jede Räumlichkeit. Die Zellen werden individuell konstruiert und passgenau gefertigt. Zur perfekt abgestimmten Systemtechnik gehören auch die FISMAN Kühlaggregate. Sie werden in der Produktionsniederlassung Ahornberg produziert. Die Aggregate erbringen eine hohe Kälteleistung bei gleichzeitig niedrigem Stromverbrauch. Die ideale Ergänzung für nahezu alle auf dem Markt angebotenen Kühlzellen. FISMAN fährt mit eigenem Fuhrpark. Das ermöglicht kurze Lieferzeiten und eine flexible Logistik. Die Qualitäten eines Marktführers stecken bei FISMAN in jedem Detail. Die Kühlzellen sind zu 100% montagefreundlich. Sie überzeugen durch akkurate Passgenauigkeit, enorme Stabilität und das niedrige Gewicht der Elemente. Das ausgeklügelte Schnellmontagesystem spart Kosten und Zeit. Durch fugenfreie Überlappung der Wände wird das Festsetzen von Schmutz und Wasser vermieden. Die Verbindung erfolgt durch ein selbstzentrierendes Nut- und Federsystem mit Spannschlössern. Durch die vollhygienische Ausführung der Elemente braucht es keine Verfugung mit Silikon. Alle FISMAN Frischhalte-Kühl- und Tiefkühlzellen sind serienmäßig mit der Pulverbeschichtung Silver Protect ausgestattet. Sie wirkt antimikrobiell und wurde im Hause FISMAN entwickelt. Silver Protect bietet Schutz vor Bakterien und Pilzen, wie zum Beispiel Salmonella und Kolierregern, was durch unabhängige Prüfinstitute nachgewiesen wurde. Die Schutzwirkung ist umfassend und nachhaltig, ob an den Außen- und Innenwänden oder an schwer zugänglichen Fugenbereichen. Die Oberflächen werden dauerhaft vor Bakterienwachstum geschützt. Wie das funktioniert? Die Silberionen in Silver Protect blockieren den Zellstoffwechsel und stoppen die Zellteilung schädlicher Mikroorganismen. Beim Kontakt mit der Oberfläche sterben die Keime einfach ab. Die FISMAN Produkte sind prädestiniert für den Einsatz in hochsensiblen Branchen, wie Medizin- und Pharmaindustrie, Schifffahrtindustrie oder Lebensmittelproduktion. Bei FISMAN ermöglichen optimierte Produktionsbedingungen mit modernster Technik eine kundenindividuelle Herstellung. Der Kundendienst unterstützt die Partner mit persönlicher Beratung und unbürokratischer Kommunikation. Weltweit besteht ein Servicenetz kompetenter Kältefachfirmen. Kunden erhalten ganz in ihrer Nähe umfassende Beratung und Hilfe. FISMAN Produkte setzen neue Maßstäbe in puncto Hygiene, Montagefreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Als europäischer Marktführer ist FISMAN Kältetechnik auch Partner für Kunden weltweit. Das Unternehmen ist der Ansprechpartner, wenn es um temperaturkontrollierte Räume geht. Mit einem Höchstmaß an Flexibilität bringt FISMAN in jeden Raum Kälte nach Maß. FISMAN Kwearer